Ein Jem Jem von Hofei Elu, was ein Jor, was der Rebbe geschrieben hat, ein Jem Jem, ist Hofei Elu gewann Schabbos. Es ist gewann die Schabbos für die Röschung, es ist gewann Schabbos Slichus. Das ist für ihr, sagt der Rebbe, unser Mini. Eher am Schabbos sagt der Rebbe, soll man ganz still in den Arsch kommen, sichert ein Tog von Verbrengen. Jetzt muss man auch verstehen, was die Chidische bedeutet. Weiter sagt der Rebbe, in Slichus, das ist der erste Schabbos Slichus, in Slichus sagt der Rebbe, noch hat Seis Leilu, und so machlo. Aber in der anderen Text sagt der Rebbe, sagt der Rebbe, Slichus bei Schmedes a Beiken. Weiter sagt der Rebbe, meaning bei Krius a Teiru. Er ist in jener Jor, von der Rebbe, Krimayimim, er ist Nizofen gewann, mit Hube mit Vajewus. Er schreibt der Rebbe, aber wenn Nizofen Jewus eine Nefrodis ist die Kriya von Maftir. Und Schwie von Schabbos Nizofen heppern auf dem Posten geregnet, sagt er von Necha. Das ist die Kriya von Nechogen. Weiter sagt der Rebbe, also sehen wir in der Schabbos-Fahr-Rosh Hashanah. Der Rebbe erzählt der Rebbe, also auf der Rebbe erzählt, aber ich weiß, dass Ergwerem es riecht, dass er gehört von seinem Rebbe, von dem Rebbe, dem Maggir, im Namen von seinem Rebbe, von Baal Shemtev. Ich muss sagen. Also Baal Shemtev gesagt, dass er die Kriya von Nechogen und die Kriya von Nechogen das ist die Kriya von Nechogen vor der Rebbe, Die Kriya von Nechogen hat er von Nechogen Das ist der letzte Shabbos von Hedish El. Das ist der letzte Shabbos von Hedish El. Das ist der letzte Shabbos von Hedish El. Das ist der letzte Shabbos. 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 Das ist der letzte Shabbos.